Hey Leute, willkommen zu einer Runde Masterbilder. Also nicht gleich, ob das noch nie... Ne, ich bin ziemlich sicher, ob das noch nie irgendwie auf meinen Kanal gebracht hat, auch nicht auf meinen alten Kanal. Ich kann nicht bauen, ich kann es dir jetzt schon mal sagen. Ich bin jetzt aber ziemlich ausgedacht, wenn ich irgendwie was versuche zu bauen, weil es einfach so absolut scheiße aussieht. Aber vielleicht bekommen wir ja doch was Gutes hin. Und mit dabei ist auf jeden Fall Jorena. Oder auch nicht. Gut, dass du Hallo sagst, ne? Ja, ja, ich war gerade am Klöcke suchen. Ich habe alles auf Englisch. Ich habe vergessen, mich zu stellen. Ich kann kein Englisch, weißt du? Oh, tut mir leid für dich. Mann, das sieht jetzt schon kacke aus. Meins ist schon kärtlich. Jetzt echt? Also nein, ich mache es natürlich noch schöner, als ich hier gerade. Oh, es gibt Leute, die werden da voll kreativ sein. Weißt du, was ich meine? Ja. Dann kommen so wir. Wir haben fünf Minuten. Das schränkt meine Kreativität dezent ein. Mann, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, aber ich kann echt nicht bauen. Ich kann es in Bodenglocke machen. Keine Ahnung. Irgendwie mit diesem Repeater-Dings da. Ja, das Ding ganz rechts im Inventar. Wähle ein Biom, oder? Oder? Ja, du Kacke. Wie geht's dann? Hä? Wenn da ein Loch drin ist, du kannst es doch einfach wieder füllen. Fängt schon mal gut an. Und wenn alles gut läuft, seht ihr das sogar in zwei Sichten. Mal schauen, ob Jorina das gebacken bekommt. Oh Gott. Mann, das ist halt echt so peinlich, weil ich überhaupt nicht bauen kann. Aber das ist gar nicht mehr so schwer. Da gab es schon schwierigere Sachen. Das geht eigentlich noch. Das bekomme, glaube ich, sogar ich hin. Ich nicht. Oh, ups. Wir haben noch drei Minuten und mein sieht aus wie ein Stück. Alter, ich dachte gerade schon. Wir haben noch knapp vier Minuten, du Arsch. Ja, Gamescom ist weiß. So. Erstmal so richtig random auf Gamescom. Ja, moin. Ach du Kacke, ey. Ich komme nicht schlagen. Okay, mach. Ja, mach ich auch. Kann mich da nie besuchen. Oha, warte. Hä? Ich glaube, meins wird gleich mal so Kacke. Locker, locker gehe ich jetzt davon aus, dass ich das so richtig gut mache und dann kommt gleich irgendwer anders und zerstört meine Träume. Immer so. Leute, schreibt mal in die Kommentare, mögt ihr Master Builders oder eher weniger? Weil ich habe das noch nie auf meinen Kanal gebracht. Meine gesamte Minecraft-Karriere besteht nicht aus Master Builders. Deswegen dachte ich so, ja, okay. Abwechslung. Ach du Kacke. Mann, das wird nichts bei mir. Es fing so gut an, ne? Pff. Meins sieht überhaupt von Anfang an scheiße. Ich finde, meins sieht gemütlich aus, auch wenn es hässlich ist. Also, ich würde schon drin schlafen, so. Ich vielleicht auch. Ja, ich auch. Oh, Papa, kannst du rausgehen? Papa, komm raus. Papa, komm raus, du schlafen. Grüß dich raus an Jorenas Papa. Mann, kann man es gleich gar nicht mehr komplett angucken, weil ich die... Ne, ich brauch die restliche Zeit komplett. Oh mein Gott. Kann ich quitten. Alter, oh mein Gott. Oh, der ist auch nicht fertig geworden. Hä, der Ansatz ist gut. Ist okay. Shit, jetzt sieht jeder, was ich bewerte. Ich bewerte nochmal wie ein Arschloch. Jetzt kannst du es gar nicht mehr machen. Ah, stimmt. Ich glaube, ich habe einmal mit dir im Master Builders gespielt. Das ist, glaube ich, jeden schlecht gegeben. Nein. Oh, wow. Das ist für mich schlecht, weil das... Das hätte jeder dahin klettern können. An sich, die das Bett nicht schlecht aus, aber das ist so richtig mühelos, finde ich. Ist das denn Mario? Ja, von Luigi. Oh Gott. Das ist nice. Okay. Legende. Mach gut. Ist das fein? Nein. Ja, das hast du eigentlich echt voll gut gemacht. Ah, das ist so einfältig. Was ist das? Ach, du Kacke. Ne, weißt du, ich gebe schlechte Ideen. Ja. Ganz in Ordnung. Umsetzung. Jetzt nicht so. Oh mein Gott. Als ob du das gebaut hast. Ich wäre da nie drauf gekommen. Das finde ich auch ganz gut. Ja, das wäre voll gut gewesen. Hätte ich die letzten drei Reihen machen können. Ja, was ist das denn für ein dünnes Bett? Da fällt man ja raus. Da fällt man ja raus. Kleine Decke. Das ist okay. Ne, ist schlecht. Oh, okay. Das ist okay. Ich weiß nicht was. Kennt ich den nicht? Nein. Sicher? Ja. Was? Was? Ja. Was? Ich bin ein Genie. Alter. Wie unverdient war das bitte? Das hätte ich auch dahin klatschen können. Warum überhaupt Bücher und alles drum und dran? Ja, keine Ahnung. Piratenschiff halt. Piratenschiff halt. Oh Gott. Vielmehr, Leute, war es mit dem Video. Wenn ihr das Video gefallen habt, lasst eine positive Bewertung da. Wenn ihr mehr Masterbilder sehen wollt, dann schreibt Hashtag Jorina stinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.